Ich bin Wolfgang Glück, komme aus Zürich, bin dort bei der Siemens Schweiz AG in der IT-Projektmanager und leite im Moment das Migrationsprojekt für die Migration in die neue Lösung für den Cluster Südwest. Das sind sieben südwesteuropäische Länder. Ja, die Entscheidung für Saperon ist natürlich konzernweit getroffen worden. Die haben wir nicht für uns entschieden. Wir sind mit der Entscheidung auch ganz glücklich. Wir werden mit der neuen Lösung hoffentlich höhere Qualität erreichen als bisher. Und wir werden zusätzlich das System konsolidieren, also länderspezifische Lösungen zusammenfassen und dadurch tiefere Kosten erreichen. Ja, wir werden in Zukunft noch mehr Systeme integrieren als bisher schon. Wir haben heute schon SharePoint integriert. Wir haben ein Personaldossiersystem integriert. Wir haben natürlich auch SAP angeschlossen. Ich denke, es wird für die Zukunft, insbesondere auch für die mobile Welt, weitere Anwendungen geben, die Saperon gut abdecken kann. Ich denke, es wird für die Zukunft, insbesondere auch für die Zukunft. Vielen Dank.